Luca ist jetzt gerade in seinem Aufnahmezimmer. Ich bin ja nicht Sandy. Wenn ich nicht nerven würde. Ja, Luca hat mich ja die letzten Tage immer mit Das Video endet, wenn du mich beleidest oder so. Das machen wir jetzt auch. Und zwar hat Luca irgendwie Knall, so ein Knall. Der muss irgendwie immer sein Beatles präsentieren. Mal gucken, ob er darauf kommt. So Leute, ich latsch da jetzt hin und bis gleich. Hallo lieber Lucas, weil du mich andauernd auch mit so einer dummen Sache näherst. Dass du jetzt auch etwas nicht machen. Du darfst jetzt etwas machen. Und dann endet das Video, oder wie das heißt. Ach so. Das ist interessant. Lucas, du hast einen riesen Pickel da unten links. Ja, ich weiß. Wenn ich irgendwas mache, ist das Video vorbei. Also im Format quasi. Ja. Ist das bei mir hochgeladen? Ja. Ach, okay, krass. Ich dachte, das wäre vielleicht genau hier gerade. Sandy? Nein. Sandra? Nein. Halt's moll. Nein. Nervlich. Nein. Hä? Was soll ich denn machen? Ja, das musst du dir jetzt einfallen. Du hast, ich musste letztes Mal auch sechs Minuten überlegen. Nein. Ich bin so breit. Na, oh, gar nicht so falsch. Ich habe so einen großen P***. Nee. Du hast übrigens einen kleinen P***. Ja. 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 Vielen Dank.